Und es geht weiter mit Agario. Ich habe mich entschieden, ich mache heute mal ein bisschen Werbung für mich. Deswegen nenne ich mich mal Gia Slash YouTube. Da können denn alle, die von mir gefressen werden, sich nochmal eine Wiederholung angucken. Ne, der ist gar nicht so groß. Tja, wo sind die ganzen kleinen Leute? Ach, da ist einer. Guck mal her. Oh, direkt reingefahren. Wunderbar. So, da haben wir schon mal den ersten Kunden. Der ist so groß. So, mal gucken, wer sich jetzt alles von mir fressen lässt. Um sich denn eine Wiederholung anzugucken. 21 Level. Warum, hä? Aber hier ist aber viel zurück unterwegs. Das schmeckt wunderbar. So, ne, der ist so gefährlich. Ah, der sind noch größere. Die kämpfen miteinander. Da ist die Queen. Ne, die habe ich auch nicht. Ach, Nick. Kriege ich den? Ne. Nicht zu langsam. Die Queen. Oh nein. Ach, ne, es ist ja doch wieder da. Da möchte einer einen Freund haben. Ja, guck mal, hier. Da kannst du mir drin, mein Freund, sein. So, das hat ja gut geklappt. Gucken, das Ziel ist natürlich riesengroß zu werden. Damit alle lesen können, was hier abgeht. Ne, der ist zu schnell. Ach, da ist der Rand. Der ist ja blöd gelaufen für den. Ach, da kommt Nick. Ha, hat er nicht geschafft. Oh. Ne, das macht er nicht da. Der ist ja schon zu zweit. Press. On me. Ach, Nick ist kaputt gegangen. Blöd gelaufen. So, alle weggefressen. Oh. Jetzt kommt die Queen und wir Rache nehmen. Waren die befreundet? Nein, nein, nein. Oh. Na, hat er ihn gekriegt. Aha. Aha. Ne, den schau ich nicht. Der ist zu weit. Da kommt schon... Oh, da ist die Ecke. Blöd gelaufen. Für mich auch. Die Queen ist immer noch sauer auf mich. So, jetzt geh ich außen rum. Fress der Queen den Hintern ab. Ha, sie ist zu langsam. Weil sie ist zu alt. Nein, das geht nicht so langsam. Oh, nein. Sie sind natürlich noch sauer. Oh, das ist gefährlich. Aber sie ist zu langsam, weil sie ist viel zu alt. So, den schaffe ich nicht. Da ist einer ganz viele. Da ist einer ganz viele, ja. Na, da kommt die Queen schon wieder. Die ist ja überall. Ne, wir sind gleich groß. Da kommt der nächste Riese. Hier sind alle groß. So, was macht der da? Oh, da kommen ganz viele. Ja, ja, ja. Rein hier, rein hier, rein hier. Hier ist besser als draußen. Ja, nein. Okay. Ah, das hat wunderbar geklappt. Ne, den krieg ich nicht. Jetzt kommt er zurück. Wird er mich ärgern? Hat er nicht geschafft. Ne, der Gelb ist zu groß. Da, ne. So, an den Finger ist schon beim Teilen am Anschlag. Da kommt einer. Der passt da durch. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr teilen. Die sind zu... Ach, der hat kein Gluten mit drin. Na, dann brauche ich den nicht. Ah! Oh, da sind ganz viele. Das... Oh nein. Die ganzen großen lauern auch schon. Ja, ja. Da. Den kann ich schaffen, aber nicht mit Teilen. Komm mal zurück. Da oben kommt der Rand. Rumänien. Nein. Nein. Ne, 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 ne. Oh, da kommt der Nächste. Das gibt's ja gar nicht. Der passt in mich rein, ja. Da rennt er weg. Ach, der wieder. Ha, dann ess ich sein Essen auf. Zack. Was macht denn der? Was macht denn der? Vielleicht wollt er's mal ausprobieren. Da. So, haben wir ihn schön reingelegt. Hm. No, was? Ach, Platz zwei. Der hat sich geteilt. Guck mal, ob das... Oh, ja. Das ist gefährlich. Was? Nein. Oh, der füttert den. Oh, der frisst mich doch... Nee, macht er nicht. Geh weg. Stalin mit dem Bart. Ja, ja. Komm hier rein. Da kommt doch der Rand. Mal gucken, ob ich den bis... Äh, da kommt der Große schon. So, der passt rein. Ja, ja. Hat er nicht aufgepasst? Nein. Ha, der hat mir nicht aufgepasst. Der ist... Ah, das hat er doch nicht. Nee. Der wollte ein Friedensangebot machen. Ausgeschlagen. Ohne Gnade. You can't eat me. Nee. Na, dafür rennt er aber ganz schön weg. So, krieg ich den. Ach, der ist so schnell. Nein. Da kommt doch irgendwo der Rand. Ich mich teile, das reicht bestimmt nicht. Komm her, komm her, komm her. Gleich vereint er sich wieder. Ja. Ja, und dann ist er zu groß. Ja, und jetzt rennt er mir hinterher. Guck. Nee, guck mal, guck mal den an. I need a bro. Ja. Nee. Hat er aufgepasst. Oh, wenn der sich zusammentut wieder, dann bin ich dran. Zwölf bis dreizehn Jahre? Weiß er nicht genau, wie alt er ist. Naja, ist auch okay. So, der, ja. Das ist doch noch eingesehen. Haha, genau in den rein. Zack, jawohl. Nee. Ach, den kann man wieder nicht essen. Na, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Komm mal her. Zwölf bis dreizehn Jahre kann der mich essen. Nee. Er schafft's nicht. Das traut sich aber auch keiner nah genug ran hier, ne? Zum... Ja, Polen! Nein! So, einfach mal adehen jetzt. Irgendwas muss ja passieren. Ja, der guckt mich jetzt an. Au, 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 au. Die USA? Nee, die ist zu klein. Runtergehen. Was gefährlich ist. Da kommt der, guck. Guck dir mal den an. Ja. Ja. Ah. Ja, jetzt rennt er weg. Und die gehen schon wieder zusammen. Das ging schnell. Ach, da kommen die ganzen Großen. Oh, der teilt sich gleich mehrfach. Jetzt esse ich ihn auf. Nein, nein, nein. Die spielen zusammen. Das geht nicht. Ha! Da ist er kaputt gegangen. Nee, das schaff ich nicht. Ach! Nee. Ha! Hat er nicht geschafft! Aber es bleibt gefährlich. So, kommt mal irgendwelche rein hier. Ja. Aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Kommt irgendeiner. Nein! Kacke! Nicht mal in die Top Ten geschafft. Nochmal. So, was macht der? Uuuuuh! Yeah! Einfach vorbeigedrängelt. So, alles nochmal von vorne. So. Aber der teilt sich nicht für mich, ne? Das macht er nicht. So, da kommt einer Spondi. Aufgegessen. Aufgegessen. Wunderbar. Ha! Mann! Ja. Sofort gerecht worden. So, ein neuer Versuch. Nein! Oh, oh, oh! Oh, hier geht's ab! Ja, ja. Jetzt ist er nicht schnell genug. Oin! Mann, oh! Es klappt überhaupt nicht. Die ganzen kleinen. Das wird sich ja lohnen. Ja, zu gefährlich gespielt. So, da ist wieder einer. Piggy. So, irgendeiner macht jetzt einen Fehler. Jawoll! So. Nein! Meine Herren! Das wird ja wohl die schlechteste Runde überhaupt hier. So, jetzt bin ich orange. Irgendwie. Diesmal klappt's. Unglaublich! Als ob die das hören. Das gibt's ja gar nicht. Ein letztes Mal. Nein, geh weg. Hello! Oh, das gibt's ja gar nicht. Das gibt es nicht. So, aus die Maus und raus aus dem Haus. Das war ja wohl schlecht. Dick. Aber.